Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Be A Star Fashion Night ganz im Zeichen von Hollywood. Ich freue mich heute an meiner Seite nicht nur das Gesicht des Fischer Parks, sondern heute auch die Stimme begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Julia Furdea. Dankeschön und ich freue mich sehr, dass ich heute durch den Abend führen darf und bei einem charmanten Partner für heute Abend, Ronny Leber. Wir freuen uns auf einen Abend voller Stars, voller Glamour, internationale und auch nationale Prominenz, die heute hier bei uns zu Gast sind und alles steht unter dem Stern von Hollywood. Denn wir haben nämlich die Stars heute hier zu ihnen gebracht. Vor eineinhalb Wochen noch bei den Oscars und heute sind sie hier bei uns. Tom Cruise bei uns. Tom Cruise. Good evening Tom. We've heard rumors that Mission Impossible 6 is already in the planning. Can you tell us something more about that? Für Sie, meine Damen und Herren, haben wir jetzt unseren ersten Show-Act, der jetzt gleich hier die Bühne rocken wird und es ist ein richtiger Kracher. Wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist. Lady Gaga! Wow! Ja, vielen Dank für den ersten Durchgang, unser Shop-Partner Jones, Fustl, Vögele Shoes und auch Gary Weber. Und Julia, was war das für ein fulminanter Einstieg hier? Wir haben jetzt aber noch was ganz besonderes. Ja, ein Highlight jagt das nächste. Wir hatten Lady Gaga hier, Marilyn Monroe und die Burlesque Show mit Jasmin und jetzt kommt das absolute Highlight. Machen Sie sich bereit, denn bei seinen Konzerten, die waren immer berühmt dafür, dass das Putzpersonal nachher durch eine Armada an Damenunterhosen und Teddybären sich durchwühlen musste. Schauen wir mal, ob es heute auch so sein wird. Ich sage nur, one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go! Elvis Presley! Mein Name ist Jan, the King of Rock'n'Roll, Elvis! Ja, noch keine Höschen hier, gell? Ja, noch keine Höschen, das haben wir uns dann für später aufgehoben, aber wir werden jetzt gleich jede Menge fesche Wäsche sehen, denn wir haben heute schon ganz, ganz viele internationale Stars gesehen. Jetzt kommen wir aber auch zu unserer heimischen Prominenz. Unsere prominente Jury hat sich hier bereits eingefunden. Dieter, es passt dir wie angegossen. Und Fadi, es schaut ein bisschen aus wie beim Boxen, wenn du reinkommst mit so einem Umhang. Und der erste Platz geht mit sensationellen 49 Punkten. Gratuliere Tanja Durwig! Ein riesen Respekt für alle, die das hier organisiert haben. Genauso an euch beide, möchte ich sagen. Ein bisschen kenne mich aus beim Moderieren. Ihr habt das fantastisch gemacht. Danke vielmals. Danke schön. Danke schön.